... ... ist normalerweise ein Hintereingang, oder nicht? Guck mal, der ist sogar offen. Es ist bloß die Fensterscheibe entworfen. So, ich bin ausgerufen, jetzt bin ich zu dir gekommen. Ich bin im Sip-Market, ne? Alkoholtopfer, guck mal hier. Das ist doch schon mal was. Tortilla-Chips. Muss noch irgendwas drin sein. Beutel mit Seetang. Nimm mal einfach mal mit. Ähm, bis nach Süden jetzt, oder was? Ja. Süden runter, kannst du gar nicht übersehen. Pepsi-Chocolate. Agrarzeitschrift, guck mal hier. Spreit, Streichhölzer. Kann ich den Brandstifter ja freien Lauf lassen. Ach, ist nicht mich zu reißen. Denk gar nicht drüber nach. So, befüllen. Kantine. Machen wir voll das Fahrzeug. Zip-Market bin ich jetzt durch. Geh jetzt wieder auf meinen Drahtesel. Wachen wir mal ein bisschen weiter runter. Nein! Welcher schreit hier? Welcher will rennen? Lass mich in Ruhe. Ah, die, Alter, die Truller. Die muss weg. Die muss hier ganz schnell weg. Ja, Alter, hatten wir die schon durchgesucht? Ich hab nur einen Raum durchsucht. Ich hab nur die vorhin keine Ausdauer gehabt für den ganzen Mist. Jumper-X. Lass erstmal gucken, dass wir so ein Fahrzeug zum Laufen kriegen. Jumper-Kabel, wie gesagt, hab ich dabei. Wir machen jetzt noch ein bisschen die Straße auf. Ein Messer. Lass da bitte nichts rennen. Lass da bitte nichts rennen. Brontogas. Wann erscheinst du ungefähr hier? Ja, ich muss schon da hochbilden, das geht nicht. Alles gut. Bin jetzt grad bei der Werkstatt vorbei. So, der noch ein bisschen. Ey, lass das Fahrrad in Ruhe. Was stimmt mit euch nicht? Oh, Mensch. Ja, das ist der Wahnsinn. Ich bin frohbilder. Segen. Ich bin frohbilder. Dann probier ich den Knist. Ich bin frohbilder. Ich bin frohbilder. Du. Für meine Güte. um das auto herum und wie die schose weiter einer muss man strullen so lobe ich mir das so karte von riverside erstmal durchlesen das ganze fahrzeug hier das notizbohr Oh, nee, dass die ganzen Teile hier keinen Sprit haben. Zimpernister habe ich doch hier, ne? Kraftstofftank ist alle. Ist auch alle. Ach, guck mal hier. Geht doch. Ah, das Ding kriegen wir sogar voll. Ob was angelaufen? Wow, 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 Kolej. Komm mal, ja. Das machst du einmal danach wieder. Was hat er denn da? Der hat einen Speer durch den Bauch. Der gefällt mir, den brauche ich. Der krieg diesen Zombie nicht tot, ne? Geht doch. Das ist doch ein fetter Speer dabei, ne? Guck mal, ach, guck mal hier. Speer mit taktischem Messer. Das nehmen wir direkt mit, das Ding. So, markierte Karte. Geh dich mal setzen. Ich muss nämlich ein bisschen mal aufpassen, was den Speer hier angeht, äh, was die Waffe angeht. Jetzt ist das Ding nämlich gleich mal gern Schrott hier. Das kann ich mir gar nicht erlauben. So, machen wir nochmal ein paar Liter ab. Treib doch nicht. Komm, Chaco, stirb jetzt. Das Kaffee. Okay. Okay. So, Tade, Statuslager. Ich bin jetzt an der Pizza vorbeigelaufen. Der Pizza, wo war denn der? Der Pizzaladen. Ich glaube, der ist hier vorne sogar. Oh. Jetzt gerade in dem blauen Auto hier vorne. Ich habe jetzt einen vollen Benzinkanister. Oh, das ist ja ein Runner. Wo bist du? Hast du ihn umgeklatscht? Ja. Komm mal eben zurück, gib mir mal ein bisschen Geleit. Ich habe jetzt einen Speer gefunden. Damit kann ich ein bisschen rasieren gehen. Ah, hier. Spiffo, Pizzaladen. Muss ja hier irgendwo sein, ne? Ich muss aber noch etwas weiter zurück, so wie es aussieht. Hier ist Kentucky. Ist ja schon wieder an der Base. Mr. Chicken. Sind wir gerade aneinander vorbeigelaufen? Müssen wir. Ich bin an der Pizza. Ich bin auf der linken Seite. Ich habe keinen Pizzaladen gesehen. Hier ist Pock. Mann. Pancake. Schützfächer. Ach, erzähl doch. Ich habe mir den Arm gebrochen, oder was? Gekratzt, blutend. Alkohol-Tuppe. Plaster. Schon wieder gebissen. Ach, komm. Kann ich schon wieder neu erstellen. Ich habe kein Gegenmittel aktuell. Tut mir leid. Moment. Mein Hut. Ohne Hut nix dieser. Bist du wohl weg. Ich bin an der Pizzeria vorbei. Da, wo der weiße Bus ist. Ich weiß, wenn ich weit runtergelaufen bin. Hier ist keine Pizzeria. Die Pizzeria ist doch ganz weiter unten. Nein, beim weißen Sof steht dran. Pizzeria. Oder wer ist das Pizzo irgendwas? Der Pancake-Laden hier oben, oder was? Pock. Ich gehe jetzt gerade zum zweiten Gebäude runter. Komm hier nicht weg. Auf Ausdauer 0. Eißentransporter. Dass ich hier ein Fahrrad habe. Jetzt bin ich beim Chicken gerade. Das kann nicht sein. Dann bin ich an dir vorbeigefahren. Ja, und bist du definitiv am Mittwoch. Komm jetzt nochmal zurück. Hier ist Pock. Warst du bei Pock? Oh. Hier kommt Mr. Chicken. Bin gleich bei dir. Wo stehst du? Warte, ich gucke mal auf der Karte. Ich bin bei Chicken hier. Ach, du gehst auf der rechten Seite lang. Er sagt das doch. Ist doch kein Wunder, warum ich dich nicht finde. Wirft der was ab? Bestimmt, ne? Ich weiß nicht. Du hast übrigens, ne? Setz dich mal auf das Fahrrad. Das glaube ich für dich am besten. Ja, schießt noch. Ist klar. Das ist der Roller, der ist nicht so laut. Ach komm, Sickness. Ey, wir haben... Deswegen wollte ich eigentlich oben in das Alkohol legen. Weil jetzt kann man sich nicht desinfizieren. Wir haben nichts. Ich hab doch Alkoholtupfer. Komm doch mal her. Diskutier nicht. Hier hast du eine Alkoholtupfer. Die schenke ich dir. Schmier dich da mit ein. Nimm sie im Mund. Schmutzige Bandage. Bandage entfernen. Pflaster-Horm. Als ob der so lange braucht, um Pflaster anzulegen. Mal um jetzt. Und das Headset hier. Warte mal, bin ich jetzt falsch auf. Wunder. Ah. So, weiter geht's. Wo wolltest du jetzt? Klirte ich ein Polizeiauto, ne? Ja, wir holen das Polizeiauto jetzt. Ich komm hier nicht weg. Die Ausdauer. Ich bin doch gar nicht überladen. Das ist der Krankenwagen. SIP Markets. Ich glaube, ich baue den Karsch da an. Das mit dem, äh, mit der Ausdauer, das ist nervig. Deswegen habe ich direkt auch Stärken und Ausdauer skillet, weil ich auch so weit kein Bock hab. Ja, normalerweise ist es Bomben, wenn man dort, wo die Treppenhüllen sind. Mal im Stollen, warte mal. Mal im Stollen, warte mal. Mal im Stollen, warte mal. Das ist noch ein bisschen. Sofort wieder bei dir. Oh. Müsste, glaube ich, das erste Auto ist das weiße kommen. Danach muss der Polizeiauto ankommen. So, bei dir ist Ruhe. Dann fahre ich mal ein bisschen runter. Schon mal spotten gehen. Nein, nicht direkt. Also hinter uns in der Guana. Hier ist das Motel. Und ich glaube, vor dem Motel stand das Ding, ne? Oh, das ist noch ein ganzes Stück Trette. Ich komme wieder zurück. Und ich glaube, das ist noch ein ganzes Stück Trette. Und da, 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 da. Wohler habe ich gar nicht gesehen. Nee, ich mache das nie wieder mit ihm. Kann man machen, wenn man eine Base hat. Aber dieses gebrauchene Beine so am Anfang ist, äh, das ist eine echte Ladekrücke. Ich bin das gar nicht mal so verkehrt. Also ich komme gut klar. Ja, du lebst auch schon länger. Deswegen ist das ja auch schon ein bisschen verheilt. Ich weiß nicht, wie alt dein Charakter ist. Weiß ich gar nicht. Guck mal mal eben. Drei Tage alt. Naja, es ist eigentlich noch gar nichts. Aber ich bin schon schneller unterwegs als vorher, ne? Jetzt mit dem Fahrrad ist geil. Brauchst kein Benzin, bin schnell unterwegs. Hier ist ein Motorrad. Das Fahrrad wird leider nur falsch angezeigt. Deine Eier sind nämlich da, wo die Pedale sind. Ja, hier ist der Wagen halt ein bisschen tiefer gelegt, ne? Auch noch ein bisschen Benzin absaugen. Ist der jetzt auch voll? Was das Motorrad hier sagt. Äh. Ah, hier ist er. Guck mal da. Oder ist der Tank sogar komplett voll gewesen, ne? War die Batterie tot, glaube ich. Nee, den kannst du... Moment. Nee, warte mal. Stopp. Der Kraftstofftank ist voll. Warte. Nur, der hat kein Leben mehr. Deswegen wirst du ihn wahrscheinlich ankriegen. Doch, 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 doch. Der da war im Loch. Wir haben das. Wir haben ja. Wir haben kein Leben mehr. Wir haben ja. Wir haben ja, wir haben gut einen Lockerahr.